Ja Ja Leute, willkommen zu einem bekannten Spiel, das man aus der Sega-Reihe oder aus dem Dreamcast oder wie auch immer die Konsole mal früher hieß. Sonic the Hedgehog CD. Ich kann das Spiel gar nicht. Ich habe mir mal die Drial-Version geholt. Das ist scheißverdammt noch mal laut. Ich möchte mal ausprobieren, wie das ist. Ich möchte gerne mal wissen, wenn das Spiel euch gefällt, drückt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Ich möchte gerne dieses Spiel vielleicht let's playen. Oh Gott, ich hasse Anrufe. Ich kann jetzt nicht. Mann, bis gleich. So, tut mir leid Leute, ich habe jetzt weggedrückt. Das liegt mir hier auf den Geist. Also, das ist ja bloß die Demo-Version. Ich will... Für mich ist das Spiel... Wenn ich das Spiel mir holen möchte, müsst ihr einen Daumen hoch machen. Wenn nicht, dann einen Daumen runter. Mein Gott, wer ruft mich an? So, auf den Dauerdrücken gemacht. Ich will bloß mal das Spiel mal testen, wie das ist. Oh, cool. Ein Intro. Sonic in Cartoon-Serie ist ja geil. Wee! Yeah. Wir machen jetzt das Spiel mal. Okay, wir machen das Spiel zum Spielen. Die Spiel ist ja geil. Hohe. Wohe. Wohe. Jetzt. Hier ist ja geil. Hier kann mich draufk Sind. Hier sind ganz vorbei. Was ist das? Sieht aus wie der Starfag oder sowas. Sieht wirklich aus wie ein Starfag, ey. Das ist interessant. Okay. Das ist interessant. Das ist für mich alles hier blind. Okay. Okay, Mittelpunkt, glaube ich. Ah, Pest. Wee! Wow. Scheiß Bastard, ey. Okay, was passiert mit dem jetzt hier? Das ist ja interessant. Das ist ja eine geile Fähigkeit, ey. Oh, das ist ein bisschen zu fehlen. Ja. Das ist ja eine interessante Musik, ey. Okay. Okay, das war bloß. Das war ja irgendwie kurz. Das war bloß eh inch. Das war ja bloß in Level, ey. Das ist ja irgendwie interessant. Na ja. Also anscheinend gefällt das mir das Spiel. Und na ja, das war ja bloß ein Teil gewesen. Und es wäre mich, es wäre mich, es würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Weil wenn ich mir das Spiel zerkaufen möchte, brauche ich eine PSN-Card. Aber na ja, es ist bloß eine Demo-Version gewesen. Also eine Trial-Version. Ja. Das war's mit diesem Spiel. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vielleicht tue ich dieses Spiel let's playen. Also ansichtlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss, Leute.